Dieses Video ist übrigens deswegen entstanden, weil er mal 1vs4 Challenge und Stein and the First Rush hochgeladen hat und der Stein and the First Rush war ja nicht mal selber und war nur ein ganz kurzer Ausschnitt vom Clip, was überhaupt nicht der Hauptgrund des Videos war oder so und genau deswegen nenne ich das Video jetzt auch 4,2k YouTuber zerstört. Ja, war jetzt schwer. Ja, war jetzt. I want to be the one who loves you I want to be the one who loves you Don't you let me back